Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch meine Neuzugänge von dem Oktober 2021 für euch, wie ihr hört. Ich bin halt immer noch ein bisschen erkältet, aber es geht langsam schon viel besser. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Es sind ganze zehn Bücher bei mir eingezogen. Zwei davon habe ich auch schon wieder gelesen. Zwei davon könnt ihr euch denken, was es ist, weil ich glaube ich die ganzen Monate davor von geschwärmt habe. Ich würde sagen, fangen wir schon mit dem an, was ich schon gelesen habe, gleich im Oktober. Und zwar Moving Mountains von Tammy Fischer, ihrer Fletcher University Reihe. Das ist der vierte Band. Nächstes Jahr wird auch noch ein fünfter Band erscheinen, steht schon fest. Aber das genaue Datum steht natürlich noch nicht fest. Danach sind vier Rezensionsbücher bei mir eingezogen. Und zwar einmal, ich dachte schon, du fragst nie, von Gabriele Engermann. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Bücher unten in der Infobox. Da könnt ihr euch in Ruhe die Klappentexte durchlesen. Danach ist noch eingezogen ein Cottage in Cornwall. Und ja, Talos 2, was natürlich auch schon gelesen ist. Und Skyward, was Bettina und ich gerade in einer Leserunde im November zusammen lesen. Danach ist bei mir noch eingezogen. Ist natürlich alles selber gekauft. Aber ja, ist Drive Me Crazy der dritte Band dieser Reihe, wie auch immer sie heißt. Dann habe ich, weil ich schon die ganze Zeit da drin rum gelaufen bin und ständig bei Instagram gesehen habe. Und ich wollte es einfach die ganze Zeit haben. Und zwar rede ich von der Reihe von Manuela Inusa, der kleine Teeladen zum Glück. Das ist der erste Band dieser Reihe. Und der zweite Band heißt die Schokolaterie der Träume. Und dann gibt es ja auch noch ihre Sonne Kalifornien Reihe. Wo ich den ersten Band natürlich schon habe, Winzer Vanille. Und ja, jetzt habe ich auch diese Reihe von mir. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese Reihe. Ich weiß nicht genau, wie diese Reihe heißen wird. Aber es klingt so schön und die Schrift ist auch so wunderschön blau und glitzer. Das ist zwar, was ich sehr irgendwie sehr traurig fand, war, dass die halt so dünn ist. Aber ich bin jetzt halt gespannt und will die nächstes Jahr auf jeden Fall anfangen mit lesen. Und ja, dann kann ich mir auch gleich die anderen Bände noch dazu tun. Nächstes Jahr will ich auch mit der Bettina zusammen diese Reihe zusammen lesen. Ich habe mir jetzt schon mal den dritten Band geholt, da ich die ersten beiden schon hatte. Nämlich Don't Leave Me von Lena Kiefer. Das ist die, wie auch immer, Reihe von Lena Kiefer. Ich weiß immer nie so die Reihenbezeichnungen davon. Alle fangen irgendwie mit Don't. Don't Love Me Reihe. Die Don't Love Me Reihe von Lena Kiefer. Es gibt natürlich noch ein Bonus-Story, aber den gibt es nur als E-Book, nämlich Don't Kiss Me. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Profilia Scale ist ja auch von Lena Kiefer. Diese Triologie soll ja auch richtig großartig sein. Also die Don't Reihe. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, lass mich mit Bettina nächstes Jahr in diese Reihe reinfallen. Dann bin ich endlich mega happy, dass ich es in den Händen halten kann. Das ist natürlich schon auf Instagram hoch und runter gekommen. Und ja, ich habe endlich den 6. Bahn von Redwood, nämlich Redwood Light. Und es beginnt mit Duft nach Schnee. Es ist ja ein sehr, sehr dünnes Hardcover-Büchlein diesmal. Es kostet ganze 8 Euro und hat 143 Seiten. 143 Seiten. Und ich werde dieses natürlich erst im Dezember lesen. Es ist irgendwie, weil ich mich enttäuscht, dass es ein Hardcover ist. Obwohl ja, weil alle sind jetzt, wie ihr seht, hier sind ja alle Kelly Moran Bücher. Hier sind ja alle als Paperprint. Und sonst will man Hardcover haben und jetzt gibt es nur das Schnee, Glitzer, Lichterketten und Kaminfeuer. Ich finde auf jeden Fall das Cover mega. Aber ja, das ist halt so ein Büchlein, was man halt wirklich an einem Tag durch hat. Was leider wirklich, wirklich, wirklich enttäuschend ist irgendwie. Ja, und ich habe auch eigentlich den 12. Band von der Green Mountain Serie. Hier geht es diesmal um die Eltern der Abode, nämlich Molly und Lincoln. Wie die zwei sich sozusagen kennengelernt haben und wie es dazu kam, dass sie dann im Endeffekt 10 Kinder hatten. Zwei, ja, 10 gemeinsame Kinder. Und ja, also es ist wirklich eine Groß, Groß, Großfamilie, weil Maggie hat ja auch noch eine Schw... Nee, Molly. Molly hatte eine Schwester oder war das ihr Mann, der noch eine Schwester hatte? Und die hat wiederum ja auch nochmal, ich glaube, fünf oder sechs Kinder. Und was halt die Cousins und Cousinen von denen ihren eigenen Kindern sind. Also es ist wirklich eine... Und die haben auch schon wieder Partner und Kinder und also es ist wirklich riesige Familie. Also wenn man die mal zum Familienfeiern oder so einlädt, ja, müsste man so eine Tornhalle anmieten und damit jeder unterkommt. Okay, meine Lieben, das waren auf jeden Fall meine 10 Bücher, die bei mir eingezogen sind. Und so, beziehungsweise es sind ja nur noch acht, die davon auf meinem Such liegen. Da ich ja, ja, den meiste... Weil wir ja schon zwei gelesen haben. Also muss man ja auch ein bisschen anerkennen, finde ich. Und, ähm, ja. Und zwei hatte ich hervorbestellt, weil ich sie unbedingt haben wollte, weil ich da jetzt schon seit längerem drauf warte. Da seht ihr meine ganzen Green Mountain Serien, die ganzen elf Bände. Und hier von, ähm, Jörg Maurer sind das jetzt zwölf Bände, die hier schon rumstehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und hier sind es elf Bände, die sind natürlich ein bisschen dicker. Und hier habe ich schon zwölf gelesen, deswegen kommt jetzt hier auch noch der zwölfte dazu. Und ja. Und dann kann ich dann bald auch da wieder ein Jörg Maurer lesen. Und dann muss ich halt wieder warten, bis Nachschub kommt. Ja. Ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Genauso wie bei der Rita Falk, warte ich auch nur noch bis der elfte Band endlich als, ähm, äh, wie heißt, Taschenbuch erscheint. Der zwölfte ist dieses Jahr auch schon erschienen, oder? Nee. Der elfte ist erschienen als Paperback und der zwölfte erscheint noch, ja, so. Aber bis sie halt immer als Taschenbuch erscheinen, dauert es halt immer ewig. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr habe ich ja schon meinen Eberhofer gelesen gehabt. Und jetzt kann ich ja ein bisschen wieder runterkommen. Und dann kann vielleicht auch mal die ganzen Filme von der Eberhofer Reihe mir langsam mal zu Gemüte führen. Ich habe ja erst die ersten drei gesehen. Und ja, ja. Zwei habe ich noch hier. Und dann müsste ich mir die Filme auch mal langsam wieder anschaffen. Obwohl ich sagen muss, die Filme spoilern extrem. Ähm, schon in den nächsten Teilen mit rein. Also man muss wirklich vorher die ganze, am meisten die ganze Serie schon gelesen haben, damit man sich die Filme angucken kann. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten in der Infobox die genannten zehn Titel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.